. 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 Scheinen okay zu sein. Setze Verfolgung selbst. Dieser Tuch fällt einfach nicht an. Okay, ich blockiere ihn. Versteilung alleine reicht nicht. Wir sollten es mit einer 1073 versuchen. 3 ECHO 8 Bitte Vituationsbedingungen, 5-1 braucht aktuelle Informationen. Vituations unverändert, versuche weiterhin dran zu bleiben. 1033, rotige Unterstützung zügiglos, brauche sofort Kot 3 verstärken. Okay, roger, 3 ECHO 8. Ich habe die Bodeneinheiten für euch frei, sind unterwegs zu euch. Stoppt ihn sofort. Fahrzeug leicht beschädigt, Verdächtiger immer noch 10-8. Ich überhöre den Verdächtigen und blockiere ihn. Standby. Ich habe die, ich habe die. Lichtkontakt zum Verdächtigen verloren. Standby. Wir sind wieder hinter ihm. Haben ihn eingeholt. Wir sind wieder hinter ihm. Wir suchen ihn in den Einsatmen ausgeführt. 1.70. Einsatzwagen verloren. Wiederhole, Einsatzwagen verloren. 1.70. 2.70. Ich habe ihn verloren. Sperrt die Gegend ab. Mal sehen, ob wir ihn erwischen. Unterstützungs-Einheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in östlicher Richtung auf dem Highway 99. Absperrung des Sektors im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Einsatz ist weiterhin kurz sechs. Zielpositionen eventuell anpassen. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. Zentrale, hier ist Bravo 28. Ich habe zwei weitere Einheiten bei mir. Wir brauchen voraussichtlich drei Minuten für die Sperrung. Zentrale, wir haben hier einen Zeugen, der unseren Verdächtigen gesehen hat. Wir sollten die Suche ausweiten, der könnte schon... Hey, was geht? Ich bin's, Mia. Razor hat dich im Auge. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dich wiederzusehen. Gefällt mir, dass er sich jetzt unsicher fühlt. Hau rein, ich melde mich später. Hau rein, ich bin's.